hey hallöchen was geht was geht leute wir sind wieder zurück im café ohne simulator weiter geht auf jeden fall so mal gucken wo wir waren zuletzt freitag ein neuer tag fast food festival waren ja gut ich komme hier rein und ding ist gleich wieder hier kaputt lasst uns pizzen verkaufen 15 so haben wir offen bereit zum öffnen dort ist geöffnet war noch nicht rein machen red bull selber aber auch nicht okay warten wir wo sind die ersten kunden wo sind so hallo wo ist der so die kunden kommen okay let's go hat die gehen direkt ins kaffee okay so kann man eigentlich ein ding verkaufen ein herd wenn er es gerade nicht so sicher die gerichte im ofen sind fertig okay ich komme ich komme so kann man neu packen ja packen wir mal hier und bezahlte rechnungen oh je wenn nicht viel geld aufpassen 144 auch ein bisschen mehr geld war hier was kaputt nie ne trinke gegracht im ofen ja ich komme Trinkgeld, 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 Trinkgeld. Okay, jetzt läuft das Geld langsam wieder. Bist du komisch, Kollege? Habe ich schon weggeputzt. Oh, falsch Werkzeug. Du bist zu langsam. Ist ja auch alles am Start. Ich brauche ein bisschen Zucker. Bisschen Tassen. Milch. So. Croissants. Können wir backen, Croissants. Oh ja, drei, komm. Lohnt sich. Trinkgeld, Trinkgeld. Alles aufgehoben, ja. Da ist schon wieder Schmutz. Gericht im Ofen sind fertig. Okay. Ah, sie bewundert, wie das läuft langsam. Torn füllen. Nö. Komm, wir tun jetzt noch mal so ein Ding renovieren. 8000 kriege wir. Ja, komm, starten wir. Montag, ein neuer Tag. Okay. Schauen wir mal. Weil hier können auch die Dosen sein, wo wir suchen. Da die Pfanddosen. Die können ja auch hier bestimmt welche sein. Warte mal, was müssen wir jetzt da renovieren? Gehört da auch hin? Ne. Boah. Guck, hier ist schon einer. Ja. Okay, fangen wir erstmal aus an zu aufräumen. Das zeigt sich an, wie viel Müll. Halter, 190 noch. Gut, da gehört auch der Laub dazu und so. Ausschauhalter nach die Pfanddinger, so wie hier. Schön Ausschauhalter. Das war ja alle Trophäen krieger von dem Spiel. Alle Trophäen. Ist hier noch was? Ein Pizzakarton. Wie viel. Wie viel. halte ausschau nach so dosen noch dass ich mal draußen alles weg mache das dauert jetzt wieder das dauert gut 100 film von 127 0 noch 125 das geht schnell hier das aufräumen so sehen wir doch gleich ja das da das da das da das da das da das da hoffe ich finde auch noch mehr Pfanddosen hier ich will gern die Trophäe habe alle dass wir alle eingesammelt haben die Playstation Trophäe das machen wir hier ok jetzt wahrscheinlich gleich Müll voll gehen wir mal aufs Dach gibt es hier noch eine Dose ok sind nicht alle kaputt wenn die komisch aussehen doch hier ist eine Dose noch gut schönes Dach so so ich habe mal durch ah ich dachte gerade geht es auch mit dem ja wie es hier aussieht wie es hier aussieht gibt es ja auch noch eine Dose ok ok putz war weg draußen war noch was ja ja hier noch was ja ja hey mach hey mach so 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 also gleich Ding anrufen wahrscheinlich Müllopfer aber die kleine Dinger sind schwer die sind wirklich schwer gibt es noch hier Dose ne ich sehe keine mehr hier kann man schön was reinbaue Kleinigkeit und hier draußen so ein paar Sachen zum Essen hocken schauen wir mal was wir alles bauen müssen gleich so aufgeräumt ist jetzt machen wir die Scheibe das aber alle kaputt sind ist noch kaputt der Zaun kann sich pückeln ja boah wie schwer ist aber klar alles repariert dann kriegen wir schon 8000 XP lohnt sich glaube auch nicht mehr XP weil es sind schon Level 10 oder Stufe 10 oder 9 10 oder 9 ich weiß gerade nicht weil Level auch gar nicht mehr weiter ich glaube 10 ist das höchste aber das werdet ihr jetzt noch sehen dann wenn die hier fertig sind kommt komm noch vier Sachen sind kaputt noch vier Sache und was denn was könnte noch kaputt sein haben wir mal hier war was hat doch gar was geleuchtet die Dinger auch okay Scheiben sind das hä warum geht der runter dass da noch eine Sache habe ich ein Ding vergesse gehen wir mal hoch ist oben noch was habe ich was vergesse ah ja boom so alles ganz so machen wir die Wände was machen wir drinnen das sind ja so Steine oder Holz tapete das rote Kvalasso sieht eigentlich schön aus hä tapete nicht der Boden hä 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 flur hier ist so Küche so der Rechteppich so was sieht doch schön aus ach da legt so langsam der Teppich aus na doch das hat was das hat was traue ich an da doch boah der Teppich dauert lang aber da hat was sieht schön aus das sieht toll aus aber ich frage mich eine Sache hier gibt es kein Klo äh eine Wirtschaft äh ein Restaurant ohne Klo ja schauen gleich mal ob man Klo oder so bauen könnte eventuell aber wenn es da nicht anzeigt kein Klo dann ja ist halt mal so so ah hier können wir auch den Boden machen aber hier Teppich nein sollt dasselbe Boden da so Holzboden oder warum geht mein Männle hier runter doch das sieht toll aus kann man hier auch nee das bleibt so oh sieht gut aus warum geht mein Männle hier runter so äh äh tapete wende wende das ist von außen oder hä kann man gerade nicht machen was streicht man damit ah Decke so oh lass mal die Wände hier drin so wie man das nicht ändern kann heute sieht eigentlich gut aus so mit dem Weiß und dann mit dem Rot doch lassen wir es so mach jetzt nur noch die Decke und dann richten wir ein ähm äh mach 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 das nimmt viel Zeit in Anspruch so 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 her war es jetzt bald jetzt gucken wir gleich was die wolle wie viel tische und küche herz offen alles mögliche jetzt was gleich aber bei dem ersten ding machen wir hatten das restaurant konnte man auch die wände machen warum geht es hier nicht irgendwie geht es nicht was sollte so bleiben was sieht geil aus weil ich kann kock wartet tapete jetzt passt auf ich kann nichts machen deswegen ende flora decke wenn doch alles gemacht 88 prozent oder geht es doch aber man kann toileite hier bauen aber geht nichts hier kann man noch jetzt weiß ich setzte ja jetzt fühlt sich's macht doch aber was ich jetzt mit dem ding in 0 prozent wir haben durch trainer gemacht alles oder meine sie allgemein die aufgabe jetzt 100 prozent fangen wir mal an tische 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 wir sind ja frei wir können aussuchen also was heißt frei muss ja kein geld zahle aber da 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 machen wir eins hin da noch ein tisch noch ein tisch passt es naja genau couch und so ein shisha und so so aber so Fühlt doch schön aus. Ja. So, was will er jetzt? Ah ja, jetzt geht es innen hoch. Registriekasse. Eine Registriekasse? Was ist das da? Warte, die Leute stehen hier an. So, drei Lampen. Machen wir da eine hin. Da. Da. Machen wir das so grob. So. Dekoration 2. Bilder. Das passt sogar. Unterhaltung 2. Machen wir das so grob. Machen wir nicht. Aber hier. Dann drin noch eine Musikbox. Die machen wir da hin. Dann geht es nicht. Da kann man die auch dahin machen. Ah ja. Küche. Drei Tische. Einer. Oh, da passt sogar zwei. 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 Drei. Zwei. 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 Fritteusen 2. Zwei. 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 Zwei Grill. Was ist jetzt los? Was ist da los? Zwei. Zwei Kühlschränke. Passt er nicht da hin? Ah doch. Passt aber nur einer. Der andere muss aber hier so hin. Drei Ventilatoren. Was ist das da? Einer. Zwei. Aber da noch einer hin. Drei. Was sieht das aus? Geht klar. Die täglich kommen aber egal. Zwei. Wie viel? Drei Spüle. Ich hab fast keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz hier mehr. Ja. Ich hab keinen Platz mehr erfasst. Äh. Mal hier, oder? Noch einer. Mal hier. Egal. Eine Spüle. Komm jetzt. Äh. Äh. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber joa. Ist kein Platz hier. Zwei Schränke. Einer. Zwei. Aber drei. Zwei Eismaschinen. Puh. Eine Bio... Was? Bi... Biotoilette? Die da, oder wie? Die da, oder wie? Ja. Ja. 100%. So. Hier geht man zurück. Ja. Schließen. Bam. Ich bin's. Gut. Oh, wie das 36-minütige Aufnahme. Die Zeit vergeht, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Oh, wie viel Geld jetzt da. Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Den lernen wir noch. Und ciao.